hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge ls 19 auf der nordfrischmarsch hier vom wunderschönen youtube in der letzten folge sind wir stehen geblieben beim fight nummer 1 straschen und beim tiere versorgen heute machen wir dort weiter und wenn ihr jetzt keine weiteren videos mehr verpassen wollt dann könnt ihr jetzt gerne abonnieren und dann würde ich sagen legen wir los so der tut er noch ernten wo müssen wir kurz am morgen ausmisten ein bisschen und dann kümmern wir uns gleich mit ihre wieder was brauchen wir jetzt gehen was haben wir noch ein bisschen was im lager und dann können wir eigentlich gleich durch hinten ab bei den küchen ausmisten und dann können wir eigentlich noch silage verkaufen gehen und dann schauen wir weiter was wir noch zu machen haben ah da haben wir glaube ich noch kompost drin vom letzten mal noch übrigens so viel ist heute die letzte folge gefallen und ja jetzt machen wir dort weiter wo wir in der letzten folge aufgefallen da ist nur kompost drin denn wenn wir jetzt glaube ich schnell noch verkaufen gehen okay so was doch mal los du fahrst du mal los du fahrst du mal los paars am ende meldest du heute so wie schaut es denn da aus jetzt weiß ich noch immer nicht warum wir dort nicht eigentlich die gülle nicht raus bringen da haben wir 6.000 liter gülle drin ja das müssen wir da noch einmal schauen und jetzt machen wir da einmal weiter wo sind wir jetzt stehen geblieben der hat haferin das passt der braucht gerste und so aber naja das machen wir da schon so jetzt holt man silage verkaufen dann gehen wenn der wieder da ist und die felder sind dann auch soweit fertig das synchronisiert dann noch und dann können wir es eigentlich düngen glaube ich das haben wir hier entfernt super unkraut mehr oder doch da ist noch unkraut das wir jetzt noch schnell weg machen und dann können wir eigentlich drüber düngen oder besser gesagt kalken und dann schauen wir weiter ja wenn ihr noch coole mods habt könnt ihr jetzt gerne in die kommentare schreiben und dann nehme ich sie mit rein oder schaut man zumindest einmal an und dann sage ich euch was ich noch so mit einer gummi habe in der nächsten folge jetzt müssen wir mal schauen wo das ist da oben da jetzt müssen wir mal schauen wo das ist da oben da da haben wir gar nichts gespritzt ja müssen wir jetzt auch nochmal drüber fahren da und dabei ist der composting oben da wo ist denn der zumindest unterwegs um fast zu 10 km h nehm und 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 Ah ja, machen wir da jetzt einmal weiter, dann schauen wir gleich mal wieder dorthin, aber das werden wir ja dann sehen. So, dann entfernen wir noch schnell das Unkraut da. Schau mal, beim Kompos wieder weiter. So dann. Das noch und dann oben noch einmal drüber fallen und dann haben wir das ganze Unkraut gemacht. Schaut mal in die Kommentare wie bei euch momentan das Wetter ist, weil bei mir ist es momentan regnerisch. So, dann fahren wir jetzt einmal durch das Unkraut. So, dann sind wir fertig. Okay, dann können wir das nächste Feld ansehen. Gut, wo sie gerade abbrechen, das ist ein Haufen. Ah, ich sieht der Drescher jetzt auch gleich voll. So, dann kann man Agle obdanken. Und jo. Dann sind wir mit Unkraut entfernen auf dem Feld fertig. Jetzt sehe ich es auch voll. Und gleich. Und vor. Oh. So, dann stellen wir das wieder runter. Und da ist doch eine. Oder noch. So, dann können wir das jetzt selber machen. Und dann kommen wir mal aus dort rum. So. Der ist so. Und dann wollen wir wieder weiter ernten. Dabei ladet der auch den Post aus, damit wir wieder Gold kriegen. Und jo. So. Er ist dann auch schon bei 50%. Bei 50%. 13.000. Okay. Ist eh gut. So. 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 Ah, wir haben eine Stroh-Blogge vergessen. Ah, wir fahren nicht dort. Wir denken aber, warum kommt da kein Stroh, oder? Weil das Stroh könnte man für ein Dings gebrauchen, für einen Komposter wieder. Jetzt müssen wir hier nochmal schauen, holen wir Diesel vor. Jetzt müssen wir es synchronisieren. So, jetzt müssen wir es düngen. Was machen wir da schnell? Okay. So, jetzt müssen wir das. So, jetzt müssen wir das. Quark. Moment, schauen. Ok, das passt. Oh, da na. E.M.I.E.C.H.E.N. E.M.I.E.C.H.E.C.H.E.R. Think again. Reynards only. Oh. so er nimmt es um jetzt mir es mal vielleicht 20 mal den kurs wo hat er umgefangen, ah du ja, wir sind ja nun kochen ich das gleiche, weil das ist die gleiche arbeitsball so er ist in 8 Minuten fertig, er ist auch bald wieder voll und dann gehen wir den auch mal aus lernen was braucht denn oh, welt 66 jo, jetzt müssen wir auch mal schauen, was wir da noch zu machen haben nenn uns sich hm fahr mal schnell auf den hof den ausländen und dann war es das schon wieder mit der folge aber ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen dann lasst doch gerne ein like da und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt dann könnt ihr jetzt gerne abonnieren das wird mich riesig freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bis dahin macht's gut, ciao ciao